Der neue Ranzen darf endlich aus dem Schrank und mit in die Schule. Das ist doch eines der schönsten Dinge am Schulanfang. Für manche Familien ist so ein Schulranzen aber einfach zu teuer. Damit diese Kinder nicht leer ausgehen, haben Ralf und Sandra Maurer heute 100 Schulranzen aus ihrem Lederwarengeschäft in Böblingen gespendet. Damit sei der komplette Bedarf der Böblinger Schulen abgedeckt und die Kinder können so alle mit ihrem eigenen Ranzen ins Schuljahr starten.